Wir verlaufen uns jetzt einfach und finden dann zur Erleuchtung dadurch. Oh, dann komm. Kommst du denn zu der Ruine, dass wir uns wenigstens zusammen verlaufen können? Äh, diese Ruine, meinst du diese paar Steine, die da so aufgehäuft sind? Ja, ich spring hier gerade mal auf. Acht auf, ich glaube, da seh ich dich, ja. Die Kiste war übrigens leer. Was? Die Kiste war übrigens leer, die da unten ist. Vielleicht war ich ja schon mal, muss kann sein. Wollen wir einfach hier in die nordöstliche Richtung weitergehen? Ja, komm mal. Dann sieht es eigentlich sehr cool aus. Guck mal, hier war mal ein Haus. Ja, und da ist ein Obsidian-Turm. Wer ihn zuerst abgebaut hat. Hä? Wer ihn zuerst abgebaut hat. Was ist denn das für ein Block hier oben? Oh, ein Eichhörnchen, ich will es töten. Mein Schwert ist fast tot. Mit Kobalt geht das aber voll fix hier mit dem Obsidian abbauen. Nur, dass wir halt überhaupt kein Obsidian brauchen, ne? Ja. Eine Amsel. Du hast so ein Ersatzschwert dabei, zufällig. Ein Ersatzschwert. Einen Diamantschwert könnte ich dir abdrücken. Das wäre vielleicht nicht gar nichts. Wo bist du denn gerade? Vor dir. Hier. Boah, korrekt, danke. Ich hab halt jetzt nur mein Ender, mein Enderschwert. Ist das schön? Oh, ein bisschen. Kommst du damit zurecht? Ja, doch. Ich kann da sehr gut mit umgehen. Warte mal, kann ich hier irgendwie auf der Mini, gibt es so Minimap-Einstellungen? Boah, guck mal, da ist ein Battle Tower. Ja, ja. Und da ist noch eine Ruine. Krass. Ein Eichhörnchen! Ein Eichkatz. Boah, Katze, schwarf. Der Arschkatzel. In den Battle Tower? Mach mal wieder mit. Ich links oder rechts? Rechts, das ist ja so eine Ruine. Ich würde in den Linken gehen. Ja, 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 ja. Stimmt, ich glaube, das so gut wie das letzte Mal. Das ist die Frage, ne? Go, spinnen. Geh mal weg, warum kann ich da nicht reinspringen? Ach, hier hängt jetzt so eine bekackte Scheiß-Birke vor. Das ist nämlich jetzt dein Herz. Mir ist andersrum gelaufen. Ich nicht. Ich habe auch neun Facken. Und es lohnt sich halt auch überhaupt nicht. Aber ich habe auch nicht mehr so viele Facken. Und die erste Truhe hat sich schon mal gar nicht gelohnt. Ist ja auch erst die erste... Weißt du, was das Beste ist? Morgen ist Wochenende. Ja, bei mir ist jetzt schon Wochenende. Ja, also jetzt, ja, schon. Du hast gar keine praktische Ausbildung, ne? Wieso? Ich habe... In meiner Schule. Nö. Im Moment bin ich doch wieder im Kindergarten. Ja, und? Habe ich dich gefragt? Ja. Aha. Nee. Ah, Scheiße! Wart. Bin runtergefallen. Achso. Das ist natürlich eher ungut. Richtig. Gibt's denn jetzt schönes... Ah, Eisen. Oh, Kohle. Das ist gut. Guck mal, ich habe da was gefunden. Oh, so eine Gacke mit der Scheiße. Komm mal her zu mir. Nee, ich bin runtergefallen. Ich kann jetzt nicht. So, wir müssen erstmal ein Slap vergewaltigen. Jetzt können wir. Ich habe jetzt auch wieder Fackeln. Und jetzt werfe ich immer wieder aufm... Äh! Du Kackspinne. Komm her, ich habe ein Erfahrungsfläschchen. Ich bin vor dir. Ja, die... Hast du jetzt die Spinne mit dem Erfahrungsfläschchen geworfen? Nein, ich habe jetzt gar nichts gemacht. Komm, dann... Ich will jetzt einfach nur die Skelette kaputt machen. So, und jetzt können wir uns hier das Erfahrungsfläschchen zu Gemüte führen. Und da kommt so ein gekackter Zombie von oben runtergefallen. Möhre gedrobt, korrekt. Ja, cool. Oh, eine Höhlenspinne. Die Viecher sind so kacke, ne? Weil die dauernd irgendwo festhängen. Ich habe doch gerade einen Stacksteine gekriegt, ne? Warum mache ich eigentlich die Löcher nicht zu damit? Halt. Na, mach dich mal ein bisschen nicht. Halt hier nicht Maul aufm Pfeil. Wer sitzt denn da so spät noch am Baggerloch? Der Bodo mit dem... ... mit dem Bagger und der Bagger hat noch. Ist da was Schönes drin? Eisen. Sonst war es Eisenstiefel, okay. Weißt du, was echt problematisch ist? Wenn man auf einmal an der Arbeit sitzt, irgendwas mit Schildkröten vor sich hat und das erste, was da in den Kopf kommt, ist Ferienergerien. Warum ist das denn schlecht? Ist ja nicht gut. Wow, wie ist hier so ein unsichtbarer Tier, oder? Oh, drei Erfahrungsfläschchen. Oh, und Enderperlen. Spieß durch. Ich bin vergöptert. Ja, und auf die Schildkröten. Bist du tot? Nee, ne? Nee. Mir geht's voll gut. Aber mir geht's richtig gut. Hier ist grad voll entspannt eigentlich. Schildkröten. Ach, wie ist ich? Hässliche Scheiße da. Immer hätte ich nach deiner Meinung gefragt. Das kleine Schlammhut. Da ist gleich wieder so eine Master Race Spinne, ne? Ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal, egal. Ja, Fackeln aufstellen. Ist wichtig. Goldene Karotte. Oh, korrekt, alter Wassergranate, der Beste. Oh, das ist ein Master Race Skelett. Krass, ich hab'n verzaubert'n Eisenspeer gekriegt. Ja, hier ist voll, voll das Zeug drin. Hier ist einer Platz in meinen Rucksäcken. Das gibt's ja gleich auch noch voll viel Zeug, wenn der Tower dann kaputt geht, ne? Das sagen wir sterben wieder. Dann gibt's nicht so viel Zeug. Wie viele Ebenen haben wir denn noch? Wie viel was? Wie viele Ebenen sind das denn noch? Ich weiß es nicht. Ach so. Ach, ich wollte eigentlich meine Wassergranate mal geworfen haben. Ach so. Ach so, gerade Tee. Hä? Was ist denn jetzt los? Übel kalt. Oh, Katsache. Krass, krass, krass. Oh, boah, Grenzen verschwimmen. Das ist für so'ne Master Race Spinne. Piss dich. Piss dich. Da ist ein schönes drin. Hier sind sechs Erfahrungsflaschen. Ja, die Flaschen Diamanten nehm ich mal rein, weil... Die hab ich alle, also, hab ich im Rucksack. Da kann ich dann ordentlich... Wenn du das nachts in den Block, dann schluck ich mal das Loch hier. Ja, das ist ja der, den ich vorhin da von dem Pimmel da abgebaut hab, von dem Ops-Di-Handpimmel. Ja, der war da so als Eichel drauf, quasi. Ach so. Ey, ich bin schon wieder schlecht. Kurs von dieser Wassergranate? Sei doch nicht. Wow, was ist das denn? Oh, oh, was geht denn? Wir haben den Piss aktiviert. Oh, das war nicht so gut, das machen wir. Runterspringen! Sicher? Raus, ja, ja. Wenn wir nicht? Äh. Scheiße, der hat meine Stiefel kaputt gemacht gehabt. Ich mein nicht. Ich teleporte dich. Geht das? Nee. Wie, nee? Ich muss jetzt da irgendwie hinrennen. Ja, das ist im Nordosten, ne? Ja. Ja, ich find das schon, aber ich hab halt meine Stiefel nicht. Ach so, natürlich, dann bist du auch entsprechend langsam. Richtig. Richtig. Aber wir kaufen hier neue Stiefel. Scheiße, wie die Stiefel. Aber wenigstens ist hier ja nicht alles so voll mit Zombies und so im Twilight Forest. Ja, das ist ja der Twilight Forest. Der muss ja auch so pussyhaft sein, dass Edward hier auch klarkommt, ne? Keine Ahnung von dem Scheiß. Ja, jetzt alle Twilight-Fans, die mich abonniert haben, sind jetzt weg. Ist auch gut so. Wir haben keine Drachenlord-Fans mehr, wir haben keine Twilight-Fans zu mir. Warum macht der nix? Und bei mir hängt das schon. Das war der Eno 2, also von der Reihe. Das war der Drachenlord und der Twilight-Fans. Und Edward halt. So, ja. Oh, oh, oh. Was ist denn jetzt eigentlich aus unserem geliebten Schaf geworden? Hängt das gerade bei dir auch? Nee. Ich glaube, ich bin am falschen Turm. Dem linken, ne? Ja, hier ist gerade nur einer und der ist heile. Ja, aber ich bin gerade in dem Turm drin. Aber doch, das ist unser Turm. Ja, wieso ist der heile? Hast du den Golem kaputt gemacht? Hey, ich habe ein bisschen auf den drauf geschlagen. Er hat 300 Leben, das ist unwahrscheinlich. Hast du deinen Scheiß gefunden? Der liegt da vorne. Ja, ich sammle den gerade ein. Oh, da ist der Golem. Ach, du liebe Zeit. Ach, du liebe Diesen. Oh, hallo. Ich muss vor allem... Oh, ich gebe dir gerade hallo's Maul, aber der will auch 8 Uhr liebe Zeit. Ich springe mal lieber. Oh, und ich brenne. Dann muss ich jetzt sterben. Das witzige ist, dass ich genau neben dir gestorben bin. Ja, was ich gerade gar nicht so witzig finde, ist, der grüne Rucksack ist weg. Oh. In dem grünen Rucksack waren... Ah, ja, da ist Scheiß drin. Ja, da waren halt die Diamanten und das Erfahrungszeug drin. Oh. Ah, ich habe den grünen Rucksack wieder. Soll ich wieder Turbostiefel? Echt? Ja, deine. Oh, kack, jetzt bin ich in so eine Spalte gefallen. Das ist nicht so gut. Boah, jetzt regnet es auch noch, ey. Kannst ja gar nicht haben, ne? Nee, kann ich echt nicht. Ich versuche jetzt gerade so viel von deinem Zeug, wie es geht, einzusammeln. Aber ich brauche auch die richtige Richtung und weiß es nicht. So, hier Rüstzeug und so, das sollte auf jeden Fall irgendwie mit. Na ja, das ist, glaube ich, ein Obsidian-Trum. Einen Obsidian-Trum auf jeden Fall. So, Endcard. Links das letzte Video. Rechts die Playlist. Unten soziale Netzwerke und noch ein Abo-Button. Lass doch einen Daumen, Kommentar oder sonst irgendwas da. Schaut sonst noch mal vorbei. Bis zum nächsten Mal. Danke. 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 Beneмо.